Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Neu-Heads-Play hier auf unserem Channel. Wir spielen... ...Hand aus...Solbrü...Solbrü... Wie es komplett leckt... ...und da ist auch gestärkt... ...und da ist auch... Was hast du denn für Falken gek... Wie...ich nichts von der Anmoderation verstanden habe weil es geleckt hat. Was? Wieso habe ich denn geleckt? Hä? Wirklich komplett... Also... Es kam wirklich nix aus, so ein Roboter so... Hä...Hä...Hä...Hospital? Hä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä... ...Auto-Incom...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä...Lä... Oh, was ist das denn? Das kann ich taken. Ich tak das mal. Lesen. Taken, taken. Dein Gesicht, Alter, was ist denn mit dir? Was ist mit deinem Gesicht? Ich bin der Bob, Mann. Hey, Bob, ey. Also, wollen wir lieber aufteilen oder zusammenbleiben? Ich weiß ja nicht, was da am besten ist. Wo ich auch gerade frage, wollen wir erst mal zusammenbleiben? Ja, klar. Also, um das nochmal zu erklären, für alle, die bei mir den Roboter gehört haben, wir spielen The Ghost, glaube ich, hieß das. Und wir müssen mit Iholin entkommen, mit dem Auto. Und wir werden verfolgt von irgendeinem Pedo. So hat es bei Iholin wahrscheinlich nicht erklärt, aber ich jetzt. Sehr viele Medikamente. Ich hoffe, dass wir zum Thema zusammenbleiben, weil ich habe sie gerade verloren. Ich bin einfach nur im Raum nebenan. Ach so, da bist du. Ich denke, ich suche gerade hier ein bisschen die Schränke. Na, hier gibt es viele Räume nebenan. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Gang. Echt? Alter, was ist das denn hier? Ja. Von ihm hier sind viel zu viele Schränke, ey. Ganz schlimme Medikamente. Nein. So, gehen wir. Ey, da kommt jemand. Hattest du auch Hotbeat? Ja, und meine Taschenlampe hat geflaggert. Oh nein. Kann man die irgendwie ausmachen? Geflaggert. Ich glaube nicht. Aber man kann sich nur ducken. Wie sie hinterm Tisch hängt. Hui. Junge, wie hockst du? Wie so ein Monster? Ein, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, und sieben, und acht. Geradeaus oder rechts? Wollen wir erst mal rechts? Ja, okay. Ja, okay. Kann man hier aufmachen. Oh, die Tür kann man aufmachen. Alter, Toiletten. Du weißt, was das heißt. Toiletten. Ja. Los, rein da, ey. Oh. Geil. Brauchst Klopapier? Ah, ich hab noch. Ich hab noch. Alter, was hast denn du hier gemacht? Das ist ja übelst gesprengt, das Klo. Hey, Sigi, Jala. Was raus muss, muss raus? Ich hab verstanden. Was rauchst du? Was rauchst du? Das hab ich gar nicht gesagt. Das hab ich gar nicht gesagt. Oh, wie süß. Oh mein Gott, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Was geht denn hier? War das irgendwie so eine... Alter, ich hab was gefunden. Ich glaub, das ist, ähm... Ich hab einen Schlüssel. Die Autobatterie, ich glaub, ja, ne? Wollen wir die erst mal zurückbringen? Ah! Oh, äh, äh, Hallöchen. Moin. Wo bist du hin? Ich bin hier hinten in der Ecke. Alter, es verfolgt mich. Ach du schon. Wie finden... Wie finden wir ihn jetzt wieder zueinander? Alter, hier knärzt alles. Ich bin immer noch in der Nähe vom Raum, wo wir gerade waren. Ja, ich bin weggerannt. Ich musste, da war so ein Ding, Alter. Alter, hier macht alles Geräusche, Mann. Das ist so creepy. Alter, das ist ja das erste Game, wo ich mich wirklich einscheiße. Das ist so schlimm. Okay, warte mal. Komm mal wieder auf den langen Gang, da, wo wir entschieden haben, rechts zu gehen. Alter, hier geht irgendein Motor. Ich schwöre, hier... Hier... Hier knurrt etwas. So eine Riesenkatze oder so. Riesenkatze. Mann. Alter, ich scheiß mir gerade wirklich ein. Ich könnte jetzt gerne mal auf die Toilette gehen. Ja. Geh mal. Also ich bin jetzt am Auto. Ich habe schon wieder Hotbeat, Alter. Junge, ich bin hier irgendwie... Ich glaube, ich... Ich bin in so einer großen Halle. Also da, wo wir entschieden haben, rechts zu gehen, bin ich gerade ausgegangen. Stückchen, da ist so eine große Halle. Mit Tischen und so. Und... Geht aus wie ein Esser. Also die Batterie habe ich jetzt eingesetzt. Im Auto. Okay. Ich bin immer noch so wie ein Hosenscheißer hier. Versuch mal zu dir zu kommen. Ist hier irgendwas? Alter, wer... Ich höre Schritte. Wer ist das? Also ich bin jetzt hier in der großen Halle. Hä? Hast du eine Tür zugemacht? Nein. Was ist los ist hier? Du ziehst dich ja komplett ein. Alter. Junge. Also warte, ich bin jetzt im Flur. Alter! Welche Alkoholiker hat hier seine Flasche zerschüttet? Was ist das? Du... Geh mal weiter. Oh mein Gott. Ich hab ähm... Alter, ich schwitze grad übelst ne? In diesem Raum ist etwas... Ah, ich muss einen grünen Schüssel finden. Warte, ich bin jetzt... Warte, ich bin jetzt... Hä, wo bin ich? Warte mal, wir haben ne Karte. Warum nutzen wir die nicht? Also ich bin jetzt im Flur 2. Ich bin in Garage 2. Hm. Warte, dann muss ich grade aus und dann rechts. Dann ist da Flur 2. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, müsstest du doch eigentlich kommen. Oh mein Gott, hier geht... Oh, ich hab nen Teddy gefunden. Also ich bin jetzt hier irgendwie im Flur... Okay, nehm, nehm. Wo bist du? Ich hab nen Teddy gefunden. Ja, ich auch. Oh, süß. Alter, wenn du drüber gehst, der quiext. Teddy. Oh, ich will den mit... Nee, der liegt hier so ganz einsam. Also ich dreh die ganze Zeit auf ihn rum. Hä? Alter, wer hat meine Tür aufgemacht? WAH! Ich will nicht mehr. Also ich bin... Ich bin immer noch in Garage 2. Und ich werde verfolgt. Hä, war ich die ganze Zeit im Flur 3? Ich war die ganze Zeit im Flur 3. Also ich bin jetzt in so ner ganz großen Halle, wo ganz viele Tische sind und so. Welcher Raum ist denn das? Äh... 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 Der Tag ist oh. Hm... Alter, warte, ich glaube, ich bin bei dir gleich. Warte. Ich bin im Tagesraum. Hi! Oh mein Gott! Ich bin sicher. Da war irgendjemand, der hat mich verfol- Du bückst dich wie so'n Huhn, Alter. Also hier ist nichts in den Schränken. Die Taschenlampe flackert. Alter, wo bist denn du jetzt schon wieder? Ich bin hinter dir! Ach so! Junge, ich bin richtig paranoid, lass mich! Bob, was ist denn los mit dem? Alter, Bob ist der richtigen Hosenscheißer. Alter, voll die Discofläche eigentlich. Disco-Poke! Ja! Wie du läufst! Achtung, das kommt da angerumpelt! Oh! Alter! Alter, ich kann mit deinem Toil-Leichchen tanzen! Ja, ich bin tot, würde ich mal sagen. Alter, du hast übel die großen Nasenlöcher. Ich hab's nur noch im Augenwinkel so angesleidet gesehen, Alter! Warum bin ich jetzt die, die das überlebt hat? Komm, bring mich um! Keine! Oh! Sehr schön! Oh! Cool! Ich hab eine Zeitung gefunden, das war das Beste, was ich diese Runde geschissen bekommen hab. Ich hab eine Batterie gefunden. Wollen wir jetzt nochmal was probieren in der Folge, oder war das erstmal so eine Antest-Folge und nächste Folge dann, oder wie war das jetzt? Also, ich würd gerne noch eine Runde, das macht voll Laune. Jetzt hinten dran einfach? Ja, bin ich da. Okay. Achso, in der Lobby bleiben wir ja, ne? Ja. Also, ich bin noch drin. Okay, dann drücken wir einfach wieder auf Start. Gleich kommt wieder Werbung. Oh, Harnisch? 最後 mal alles auf. Oh ja, wir suchen noch das Club. Mach uff da! Ah, hier schon wieder. Auf die Scheiße! Ich glaub hier ist nix. Ne. Nur Tische. Und Bänke. Ah, hier geht's auch nicht weiter. Oh, ein neuer Gang. Yo, was geht denn? Ein Teddy! Ah, Teddy! Guten Tag! Hallo! 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 Oh, hier kann man doch so gehen? Hm. Hast du das gehört? Das klang wie ne Kettentügel oder so. Eine Kettentügel? Ja! Okay. Das sieht ja auch schön aus hier. Sehr gemütlich, muss ich sagen. Ja. Ja. Oh, meine Taschenabelflacke ist extrem. Ich hab die Tür zugemacht. Ich hab die Tür zugemacht. Uns kann nix passieren. Alter, das ist ja hier drin. Hä? Das läuft da vorne. Oh. Äh. Hallo, guten Tag. Äh. Ignorieren Sie uns einfach. Wir sind gleich wieder weg. Junge, das stand vor mir. ist durch diese Mauer hier durchgedingst und ist einfach da geradeaus. Die hat einfach keinen Bock darauf, auf uns. Tür hätten sie wenig zu machen können. Aber ich glaube hier ist auch nichts, ne? Also, ich habe jetzt schon ein Geschränke durchsucht. Blauen Schlüssel finden, grünen Schlüssel finden. Oh, es kommt schon wieder. Glaube ich. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Oh Mann. Komm, wir sind jetzt keine Bussis. Wir gehen da jetzt raus und reißen es. Es flackert. Komm, lass mal wieder nach hinten. Komm mit Gisela. Ich bin die Hannah. Achso, ist ja fast dasselbe. Und, Teddy. Toiletten. Oh. Geil. Ach, jetzt muss der mal fett scheißen gehen, ey. Oh, komm. Oh, komm so weg. Moin. Henne waschen, bitte. Gibt es hier noch irgendwie was? Hier kann man nix aufmachen. Wir haben halt jetzt wieder eine Entscheidung zwischen links und rechts. Also ein guter Horrorspieler hat mal gesagt, immer links gehen in einem Labyrinth. Gut. Dann gehen wir da jetzt auch lang. Links, links, in der Ecke stinkt es. Oh, ich habe hier einen Kruzifix oder so. Oder was ist das hier? Du siehst. Alter. Kannst du das ausrüsten? Ich habe einen Schlüssel. Warte. Ich habe einen grünen Schlüssel. Wir können in den grünen Raum rein. Ich habe sie in der Hand, ich habe sie in der Hand geholt. Oh mein Gott, du musst jetzt vorgehen, weil du kannst uns beschützen. Lass mal zur grünen Tür da gehen, wo wir den grünen Schlüssel brauchen. Grüne Tür. Sind wir hier hingegangen? Ja. Oh, da hinten ist sie. Wir können auch flüchten. Ich habe Angst vor uns. Sie weiß bestimmt den Weg. Zeigst du uns den Weg? Komische Kreatur. Wie sie läuft, Alter. Alter, ich habe eine Bärenfalle. Oh, du hast eine Bärenfalle? Ja. Wann die entschärfen? Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann die nicht taken. Ich habe jetzt zwar das Hand-Symbol, aber ich kann nichts machen. Das kommt wieder. Oh. Komm mit. Die kommt wieder, die kommt wieder. Mach die Tür zu. Hey, wo bist du? Hä? Ich dachte, du bist nicht. Oh, ich habe die grüne Tür gefunden. Ich bin gerade im Beratungszimmer. Es ist vier, oder vier. Ich bin gerade auf dem Klo. Ach, wo sind die Toiletten? Ja, die Tür zu. Hä, wo bist denn du? Auf Toilette. Ja, aber hier sind zwei Toiletten. Oder mehr. Ich bin jetzt wieder bei der Bärenfalle. Okay, ich komme. Hallo? Oh. Ich bin gerade auf dem Teddy getreten. Okay. Ah, da. Hi. Wo ist die grüne Tür? Ich kann ja irgendwie was machen. Aber da macht ja nichts hier. Wo ist die grüne Tür? Äh, wenn du hier weiter den lang, äh, Gang lang gehst. Das geht nicht. Hier, dieser hier ist es. Ich habe doch den grünen Schlüssel. Mann! Hä? Wo sind wir? Ach, du lebst. Bist du tot? Ja. Ich habe den grünen Schlüssel, aber irgendwie auch nicht. Die kam eben aus der Tür raus. Ja, ich habe es gesehen. Ich kann hier zuschauen. Voll cool. Ich habe jetzt mal den grünen Schlüssel. Als ob bei mir ging das nicht. Das ist so unfair. Ja. Ja, guck mir. Was hier alles so gibt. Da liegt ein Teddy. Ich habe hier nichts. Auch nichts. Warum muss ich das ja alles... Vielleicht, weil ich das Kruzifix hatte. Alter, ich kann mit aufmachen. Ich bin ein Guide. Buh! Ja. Ist die da? Nee. Alter, hier steht Hello an der Wand. Ich kann Schriftzeichnen können. Hello, hello. Oh. Lass jetzt. Ich habe den Kruzifix. Ich habe den Kruzifix aufgegangen. Warum? Was denn? Scary. Was, Gary? Deine Tür. Ist das... Das ist ein Reifen, sichert er. Ich sehe halt absolut nix. Alter, hier ist ein Tor oder so. Ich kann es nicht erkennen. Ich sehe nur blau. Da müssen wir später raus. Das ist hier die scheiß Karre. Ich habe jetzt in Garage 1. Da haben wir doch auch das Auto, ne? Oh, da ist sie. Oh, malalala. Oh, malalala. Ist das die Karre? Hä? Oh nein, da können wir nicht... Also du kannst da nicht hinkommen. Oh, mein Kruzifix ist weg. Ich glaube, die hätte mich eben gerade gekriegt, wenn ich mein Kruzifix nicht gehabt hätte. Ich versuche, hier noch irgendwie was zu reißen, aber ich glaube, ich glaube, du kannst nichts mehr reißen. Also, so, Auto weg. Und so. Alter, Nassauflug. Das war doch Garage 1, oder bin ich jetzt so? Oh, äh, guten Tag. Ja, ich bin tot. War trotzdem eine tolle Runde, fand ich. Ja, das spielst voll cool. Ja, also, ich find's echt cool. Macht echt Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also, das heißt, es wird Save eine zweite Folge davon geben. Auf jeden Fall. Weil es gibt ja noch andere Spielmodus und andere Maps. Genau, das gibt's auch. Ja, da, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao mit V. Und ciao mit Ö. Okay.